Musik War ich im Insel-Tempel eigentlich schon? Weiß es gerade gar nicht. Weil ich glaube, dass er mit dem schwarzen Magier zum ersten Mal begegnet. Das kann sein. Ich habe in die Krokodilzähne gebracht. Gute Arbeit. Juhu. Die Exe weiß, eure Taten zu schätzen. Trank. Level 27. Ob, ich bin nur Level 25. Können wir auch schon hingehen. Zur Rissklippe. Aber ich will jetzt erstmal noch ein paar Quests machen. Bei den fliegenden Würfeln. Monster-Handbruch-Clown. Okay, es kauter Clown. Hey. Hey du. Oh Gott, was machst du denn hier? Du bist ein Clown. Du gehörst nicht hierher. Clown. Ich war auf der Suche nach meiner Perücke. Und plötzlich bemerkte ich, dass ich schon zu weit von zu Hause weg war. Und mit zu Hause meinst du? Burgabendlicht. Wow. Das ist tatsächlich zu weit weg von hier. Würdet ihr mich nach Hause bringen? Burgabendlicht bringen? Reisen. Burgabendlicht. Nur wegen so einem ollen Clown. Und so. Oh. Sagt bitte nicht, was das war. Ich weiß es selber nicht. 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 Aber es hört sich saugeil an. Was hat er gerade was gesagt? Pilzen? Pilze. Die Gruppe wird angegriffen. Gegenstand Clown muss beschützt werden. Ich habe jetzt gerade so vor, wie der sonst die Dings anpiekt und die dann so stirbt. Hier so eine Raupe. Weg da hei. Burgabendlicht. 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 Burgabendschlicht. Stirbratte. Mein Gott, die Gruppe wird angegriffen vom Palastwachen. Bösen Palastwachen. Dazu sage ich nur. Leute, wisst ihr was? Der Montag hat angerufen. Wollt ihr wissen, was er gesagt hat? Er will die Welt erobern. Unsere Welt! Puh, jetzt bist du wieder zu Hause. Pass nächstes Mal besser auf. Hey Leute, schaut mal, was ich gefunden habe. Meine Perücke, juhu. Ohohohoho. Was war das? Wenigstens hast du sie gefunden. Jetzt kann ich wieder den König unterhalten. Quest done. Clown, danke für eure Hilfe. Kleiner Stein der Finsternis. Ich würde mal so sehr gerne. Wir kaufen einen. Musst du Zucker maden? Nein, Spaß. Den großen Phönix aus der Asche. Das Einzelkämpfer kommt man nicht dort. Ah, Prinzessin und Schwester kann ich noch nicht retten. Hab ich noch irgendwo Quests? Quest, 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 Quest. Scott, der Hund, Jagd, Tapie, Wolf. Reisen zum Goblinversteck. Auf dem Boden habt ihr eine wirklich merkwürdige Nachricht gefunden. Dort steht, ihr solltet uns im Goblinversteck besuchen kommen. Die Nachricht sieht weder gut aus, noch ist sie gut geschrieben. Es handelt sich offensichtlich um eine Goblinfalle. Nö, sieht okay aus. Was sollten Goblins dagegen uns haben? Lass uns besuchen gehen. Ja, zum Goblinsversteck. Los, besuchen wir unsere alten Freunde, die Goblins, mal. Die haben bestimmt nur Gutes im Sinn. Wer weiß, dass jetzt der allmächtige Barbar noch da ist und kloppt hier wahrscheinlich immer noch welche zusammen. Hier hat man Schleifstein gefunden. Hier hat man Schleifstein gefunden. Okay, ihr seid beim Goblinversteck angekommen. Ihr solltet euch nach ein paar Requestungen sehen. Ähm, also habt ihr uns wirklich besucht, oder? Ja, wir haben deine Nachricht im Mittelfeld gefunden. Dort stand, wir sollen hierher kommen. Nette Einladung. Oh, die Gruppe wird angegriffen. Wir müssen den dicken Goblin natürlich erstmal hier fertig machen. Also Bosskampf kann ich jetzt jetzt nicht mehr. Oh, das wäre so ein klein, frischen Kampf. Oh. Du-du-du-du-du-du... Duh... Du-Duh-Duh-Duh. Du-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh-Duh Faisen, Ich hoffe euch stolz auf sich, wenn ich immer mit der Musik so mit Fieber singe oder so Weil ich mag das einfach Bekdai- Ein Leuchtstein. Lass uns die Nacht durchspielen. Arrgh. Quest done. Ja, haben wir im Grunde genommen schon. Ja, wir haben sie besucht. Auf, auf zum Mittelfeld wieder. Dann gab es auch noch eine Eskorte von so einem Hund. Oh Gott, zwei Harpien. Zwei böse, böse Harpien. Tötet sie, bevor sie Eier legen können. Ja, sie können Eier legen. Und jetzt schießt ich Harpien. Tom. Wiegt. Wiegt. Kann ich noch ein paar Freunde ändern? Quest, das Gorte Hund. Beginnen. Hey, schau... Hey, schaut euch mal den Hund an. Ist das nicht der, den wir neulich in diesem Spiel Supercutes gesehen haben? Ja, wir konnten ihn rasieren und ihm eine neue Frisur verpassen. Hat das Spaß gemacht. Lass uns ihn ins Startdorf bringen. Vielleicht hat er sich nur verlaufen. Wuff. Bringt den Hund zum Supercutes, der dann im Startdorf. What? Und... Okay. Wir müssen wahrscheinlich gleich den Gegenstand Hund... Okay, Hund muss beschützt werden. Diesmal steht nicht Gegenstand dran. Letztes Mal stand da wahrscheinlich immer so Gegenstand dran und so. Ihr müsst Gegenstand Händler beschützen. Die Gruppe wird angegriffen. Der Hund muss beschützt werden. Oh, yeah. Victory. Irgendein Mann. Ihr habt meinen Hund gefunden. Als ich ihn in der Supercutes daran bringen wollte, ist er davon gelaufen. Danke sehr. Wuff, 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 wuff. Du kannst von Glück sagen, dass wir ihn gefunden haben. Wo ist dann? Wuff, wuff. 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 Wir sind schon so gut wie fast überall. Ich bin nicht im Dunkelwald. Stopp. Und was machen wir hier jetzt? Ich hab eine Idee. Wir kaufen manchmal wieder ein bisschen ein. Bei uns sollen die guten alten Schleifstellen. Von denen brauchen wir jede Menge. Mein Schatz. Ich will doch nicht rasten. Ich will zum Pfanddorf reisen. Okay. Trank. Überbringen. Nehmt den magischen Trank, den ich gebraut habe, und werft ihn in den Dunkelwald auf den Boden. Das wird euch einen neuen Weg weisen. Zu Befehl. Auf zum Dunkelwald. Reisen. Trank muss beschützt werden. Das war so klar. Ich glaube, ich lese das jetzt dann nicht mehr vor. Wenn das nochmal kommt. Juhu, hippie. Ich dachte, ich minke, ey. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Ehe he he, oh yeah. Wow, für eine Spinne werden wir angegriffen. Die haben wir so kaputt. Los, das schaffen wir. Ich habe volles Vertrauen. Bob der Baumeister. What? Warum sage ich Bob der Baumeister, Alter? Das ist doch komisch. Dann müssen wir gleich wieder den Trank beschützen. Ich sag's euch. Oh mein Gott. Ein Schreckenswolf. Der war... Er war in Angst vor Schrecken. Er war auch Schreckenswolf. Zweifelt nicht an meinen Theorien. Ich sag's euch. Warum? Ich sag's euch. Ich sag's euch. Was, der kann sich heilen? Das muss unterbunden werden. Ah, ist tot. Schlag. Gegenschlag. Feuerball. Niederschrecken. Und das hier. Das hier. Und das hier. Das hier. Und das hier. Und natürlich das auch. Stirb endlich, du verdammtes Mistviech. Es ist tot. Ach, ihr leistet. Stufenaufstieg. War das klar oder war das klar? War das klar. Ja. Aber ich hab das, wenn diese Boss-Gelbe einfach zu zäh sind Ich hab gesagt nicht Boss-Gelbe, sondern diese Elite-Mops Vereisen Und Geier fliegen Wird es tot? Der kommt jetzt auch nur vor dem Schlag Oh, ein Gürtel Nein, ich kann niemand Pizza bestellen Große Krabbe Pizza Pizza Große Krabbe Pizza Große Krabbe Pizza Ist so toll Okay Da würd ich mal sagen, dann werfen wir mal den Trank auf den Boden Im Dunkel, es ist bitter kalt Ihr geht davon aus, in Kürze einfach zu erfrieren Ihr trägt tiefer in ihn vor und erreicht die Stelle, wirft Trank Der Boden erzittert und zu euren Füßen erscheint auf magische Weise eine große Rune, von der ein Leuchten ausgeht Ihr wurdet in den Flachlandtempern Teleportiert Und anscheinend wurde die magische Barriere aufgehoben Was zum Geier? Na sowas, wen haben wir denn da? Spielentwickler-Bande Oh, versteckter Artefakt Ähm, hallo Leute, wie geht's denn so? Wir haben doch gesagt Wir haben doch gesagt Ihr sollt Ihr sollt uns nicht in die Quere kommen Her mit dem Artefakt Und zwar sofort Muss ich schon wieder gegen dich kämpfen? Das ist doch unerhört Das ist doch unerhört Dass ich schon wieder gegen die Ollen kämpfen darf Ja, aber ich dachte mir schon bei der ersten Begegnung, dass wir die nicht zum ersten Mal gesehen haben Oder ehrlich gesagt, nicht zum letzten Mal Ups, ich bin schon wieder von der Schleid sauber Naja, egal Was ist der Eisen? Nur der ist tot Dann machen wir die Rehlen mal kaputt Den Ollen Den Ollen haust Meier Und mein Handy hat glaub ich mal wieder vibriert Apecrime hat ein Video Hochgeladen Klar da Oh jebal Widerschrecken So, der Bestie So, jetzt kommt nur noch der Paladin dran Okay, der ist tot Weil er nicht tot, sondern besiegt Victory Oh, ne Goldmedaille Goldmedaille, cool Spielentwickler, okay, okay Ihr habt gewonnen Nehmt schon, wir haben genug Und das ist auch gut so Wenn diese Typen das Artefakt hatten Da war der schwarze Magie anscheinend noch nicht hier Wo ist dann? Er ist das Artefakt des Flachlandtempests geboren Reisen, Dunkelwald Geh zum Dunkelwald Okay Zum dunklen Wald der dunklen Wälder Was finden wir hier? Ihr seid auf dem richtigen Weg Aber Um zu sehen, wie es dann weiter Wie es weiter geht Weixers Ja Und sind nur noch zwei Gold Da haben wir so viel Gold Wie wir an sich so einen Tag haben Auf jeden Fall ist mir gerade aufgefallen Und auf jeden Fall würde ich mal sagen Dann war es das schon wieder Also, wir werden den Part Je nachdem, wie er euch gefallen hat Kommentiert, was ihr kommentieren könnt Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da Wir sind ein Moines